Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir sollen diesen Term ausmultiplizieren. Aufgrund der Termstruktur x² minus 4y³ mal x² plus 4y³ erinnern wir uns sofort an eine binomische Formel und zwar a minus b mal a plus b. Das Ergebnis dieser binomischen Formel ist nämlich nichts anderes als a² minus b². Dementsprechend können wir diesen Term sehr schnell ausmultiplizieren. Wir müssen nämlich nur die Rolle des a übernimmt ja x², die Rolle des b übernimmt 4 mal y³. Diese beiden Terme quadrieren. x² zum Quadrat, die Hochzahlen werden beim Potenzieren multipliziert, ergibt x hoch 4 minus b², also minus 4 mal y hoch 3 zum Quadrat. Dabei muss ich jetzt jeden Faktor quadrieren, nicht vergessen darauf, also 4 zum Quadrat ergibt 16 und y zum Quadrat. Wieder dieselbe Regel. Wir müssen beim Potenzieren von Potenzen die Hochzahlen multiplizieren, das heißt y hoch 3 zum Quadrat 3 mal 2 ist 6. Also das Ergebnis lautet x hoch 4 minus 16 mal y hoch 6. Damit haben wir diesen Term ausmultipliziert und das Beispiel ist richtig gelöst.